Hallo liebe Sportfreunde, ich bin ganz herzlich heute zum Spiel gewesen in der FC Kürchern. Zu Beginn möchten wir eine Beinigung einlegen für den Sportfreund Waldemar Spitzenfeil, der kurz vor dem Spiel gegen die SV-Präsidentale verstorben ist. Unser Spitzenfeil war bei Wind und Wetter bei jedem Spiel hier im Steierstadion und auch auswärts. Bitte lasst uns eine Minute für ihn denken. Danke. Mitte Spiel Nummer 7, Frank Rittner, Mitte Nummer 8, Nikolaus Kuhn, Mitte Nummer 10, Christian Heinrich, Mitte Nummer 14. Oh, schön. Applaus Vielen Dank. 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 Yeah. 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 Vielen Dank. Hey, 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 hey!